Hallo liebe Fans und Follower. Am 23. Oktober wird in Wien in der Union Hall eine interessante Veranstaltung stattfinden, die heißt Mental in Form. Es werden dort einige Speaker sprechen, unter anderem auch ich. Und es wird gehen um Themen wie mentale Stärke, Erfolg, Motivation. Mein Thema wird sein Gesundheit und Fitness. Mir persönlich liegt das Thema sehr am Herzen. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Vielleicht kann ich euch ein bisschen inspirieren und wir sehen uns.